den wenn ich verabschiede dann lädt er schneller nimmst du die kompakt weifel oder den kompakt shotgun also die kompakt weifel kennst du das hast du jetzt du hast jetzt die weifel dann nämlich die schrotti schrotti mir ist es egal schon aufgemacht du es ist offen ich jetzt im moment haben wir noch mehr die packs geil schießt sie dich das war voll an ja er macht einfach unten geht auch einfach dann so glaubt ich diese autobahn führt zur brücke okay wenn es ruhig entweder weg gehe oder gedügt gehe gedügt gehen schleiche sneaker wie des namens gedacht gesagt gedügt gehen du vogel nein da kommt auf jeden fall da kommt ein tank oder ein charger da ist das denkst alter hoffentlich kriegt er sich ein hässliches mit aber wenn auch ja ja ich habe schon gehört so guten tag nach ja so ist hier was am ecke das ist langweilig diesen katana ist langweilig hier ist ein molo waffen sind wir denn hier falsch ok es war klar du gieriger wichser das war klar schon fast gewusst dass du es machst hast du das ja ich kenne dich ja ja aber der ist an mir vorbeigeflogen natürlich ja lass das dann mal brennen wie so eine ring of fire natürlich wegen auf die eier brauchst du das habe ich gesehen aha wohnwagen ist offen und tag waffen nein moody moody wo ist moody nach nicht nur die aber hier dieser splitter munition ist als nix wo lang müssen denn glaubt da hinten rein ja dadurch haus hier ich weiß es nicht ja hier sieht schon ein bisschen viel versprechen aus nämlich auch lang ja da oben lang genau die treppe hast recht warte mal ich komme um die zombies junge kombos stellte mich mal wieder ja gar nicht durch wettgehalt brand money hier hast du gut hier war ja wohl ein krieg im gange hier liegen band geschaffen naja ist gut ich muss ja die anderen vier noch verschießen so musste man nicht auch irgendwie leckts bei mir gerade ist ja voll schrecklich was ist denn los also nicht aber der kühlschrank dazu geht nicht schade tonverschwendung ja die heilt mich erst mal ach ja irgendwas drin oder ich gucke in dem holzgebäude mal nach ja ich habe mich ja gewundert bist du darüber gekommen die nämlich genau die gleiche was ja ich nicht naja ist gut ja aber hier liegt was nicht hier macht hätte schon wieder viele machen liegen hier rum wir müssen hier lang flamingo hast die flamingo umgehauen oder wird ne nur geschlagen schottis ich kann da eben sehen ruhig rein naja geht es ja bei dir war hier ist ein riesen loch gut guten tag nein nein doch geht mir durch wow granat nein du nimmst nicht den granatwerfer bitte wieso ey du rotst hier alles weg lass mich ok ich geh vor Junge ey sag das doch vorher ne ist ein denkbar schlechter Tag für den weißen Anzug Junge das habe ich nicht gesehen ne wie denn auch warte mal ich mach mal ein bisschen Licht geht das hier auch geht das gar nicht geht mal weg Zombies halleluja überhaupt nicht überall Alarmanlagen gut auf nein ey Centos das ist nicht dein Gebiet witsch 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 wo weiß ich nicht höre sie nur weiß ich nicht weiß ich nicht weiß man nicht was macht ja hallo 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 danke Centos ach äh danke Nick bitte ey hallo wo seid ihr denn bin hier hinten noch ja dann komm mal wieder ich bin gleich tot ja weil du die Meute aufgeschreckt hast da sind die alle in die Mitte gekommen wir kommen alle auf den Kanal ne guck mal hier hallo Zombies meine Güte kann mir mal einer retten dankeschön ich glaube die Hutsch habe ich schon gekillt hier auf dem kann nur Centos sein kann nur Centos sein steh steh hast du gehört ich habe nicht mal Medipack ich habe nicht mal Medipack ja ist klar tu dich mal verharzen nur dass Rochelle nicht eher sterben werden hoffentlich stiebst du eher gemacht also das hast du gut gemacht ich weiß kommen bestimmt wieder alle von hier unten komm lass weiter weil da vorne kommt sie nämlich auch wir werden die Einzeiten drauf gehen hier halt jetzt schon hör auf mit deinem Granatwerfer um zu ballern ich schieße nur in die Menge rein nur dass wir in die Menge mit sind nicht wirklich nein 6543 tot das muss sein eben da war mir schon fast klar ja aber solltest jetzt jetzt solltest du sein lassen in meiner Nähe weil ich danach drücke ich drauf ey wir müssen Rochelle ach Nick macht das schon ich sehe noch nicht mal welches Auto an lahm hat ich pack's nicht ja das hier müssen wir vorsichtig jetzt dann vorbei das fahren wir nicht zu viel jetzt hä? wir müssen nach oben ne? hmmm das gefällt mir aber gar nicht da geh einer von euch geh du vor achso du hast wenigstens noch eine Granatwerfer oder sowas und ich kann es ja schlecht sagen dass er vorgehen soll mhm wir kommen hier raus bitte 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 wow das war ich nicht ich weiß das waren die Düsenjets mhm boah ja ja oh Schell komm her größer als das nächste ich habe mich eben aufgeheilt aber das wird schon ich behalte den Granatwerfer aber erstmal noch ja Waffen dann komm puh wo müssen wir lang weiter? naja aber irgendwo muss dir der Zerkum sein mhm kann nicht weit sein dann wohl lieber ein erstmal aus dem Weg kommen Cha Cha den kannst du aus dem Weg räumen wow kann ich aus dem Weg räumen nur in dem Moment wo ich mich schießen wollte bist du mir im Weg gerannt ja ich bin echt so hoch gerannt ja aber ich habe genau in diese Richtung gerade geschossen und du bist mir direkt davor gelaufen oh das ist ja genau obwohl ich komm ich komm weißt du wat mach mal still ich versorg' dich ich bin in die beiden die Granatwerfer jetzt nicht mehr das ist eh fast leer nix heilen ist besser oh ja man da dahin lade nach lade nach du arsch der kapitel ist nicht wenn ich mir nicht antwortet dass er auch wenn du so klopfen benni ne lade nach lade nach das weißt du doch eigentlich mittlerweile irgendwas gerade gesagt ich habe das nicht gehört das weißt du doch eigentlich na gut ich hör das klopfen nicht ist ja aber er macht das auch meistens extra ja ist natürlich auch klar also noch Medipack was ich nehmen will nee definitiv nicht das hatte ich nämlich auch schon gesehen ne aber sowas von ne aber sowas von meins komm wir müssen weg hello später einfach wieder weiter rennen ja weißt du wo lang in der Option irgendwo ne ich geh jetzt einfach lade nach oh puma tot alter ein zombie kann nicht festhalten das finde ich manchmal komisch ja keine ahnung als ob der den nicht einfach schlagen kann und den wegblicken kann mhm eins von beiden immer ne hier ist ein Medipack hier ist Verbandszeug meins müsste ich jetzt eigentlich voll durchballern die das andere wegschmeißen müssen einfach das nehmen einfach das Troll meine Fresse ey ich war da hinten am ende toll nicht ne wo ne hinten da und bevor man den Schussraum geht sollte man ein Medipack mitnehmen mach ich schon weil ich mich heile achso was ist sonst Verschwendung ja richtig ist da noch eins gewesen? nein ja du klaust dir doch da klar und wieder eins war jetzt die Tür zu naja boah ja verdammt gutes Team